und damit hallo geht gut ne geht's gut ich freue mich immer noch seit einigen ja denn es kommt ja bald Planet Coaster raus ach ja ich hab schon mal erzählt gestern aber egal so ich äh genau möchte ich mich hier noch ein bisschen wie soll ich sagen herumschlagen ähm ja hier im Wald denn ich möchte hier irgendwie versuchen weiterzukommen ob es mir gelingt das werde ich jetzt hier sehen in dem dunklen Wald hier wo die bösen Aua das wird ein Magierleben geben und so unter anderem hier so ein Zorberer und äh ja so ein äh die Baumwesen und so weiter ach da kommt der Magier angelaufen das war daneben da wird er sich geschützt dann auch daneben hat er sich wieder geschützt aber was ist denn mit dem moment aber Nein. So. Kein Fall. Eieieiei. Da war das nicht nur dunkel, das ist auch gefährlich. Da steht jemand. Und da oben steht jemand. Überall stehen die. Da kommt der mit seiner kleinen Axt zusammen mit seinen Hackenbeilen. Wo rennt der denn jetzt hin? Die sind auch hier. Der hängt einiges mehr aus. Wieso rennt der denn immer wieder weg? Da rennt er wieder weg. Das ist komisch. So. Äh. Äh. Hier ist ein Tor. Durchgang irgendwie. Hier geht's aber gar nicht weiter. Oh toll. Dann geht's abwärts. Was. Noch mehr Wald. Da geht's abwärts. Hm. Tja. Hier war's. Die Kiste. Gut. 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 Und. Oh. Eine Steinrüstung. So viele Steine eigentlich. Kein Wunder. Wie sieht sie denn aus? Oh. Wie super schwer. Alter. Hat bei Swag 104,7. Halleluja. Ist los. 91. Oh. Die hat einiges aus. Also. Die schützt ihn ganz gut. Ist aber sehr sehr schwer. Hm. Naja. Vielleicht denken die Wesen ja, dass ich jetzt ein Baum bin oder so. Weil ich auch grün bin. Da war nicht grün in den Ohren. Hm. Tja. Wo kann man denn jetzt? Die rechte Seite bleiben? Oder nach links gehen? Da läuft ein Pilz. Aber ich trink ja kein Bier. Ja. Also. Ich brauche auch kein Pilz. Haha. Lustig. Komm mal ab. Das Wasser. Da läuft jetzt das wieder am Wasser. Oder am Wasser. Hm. Ja. So bin ich weiß denn die Pilze ja nicht gefährlich. Die waren ja nur da so hin und her. Die finden das toll hier im dunklen Wald. Essen vielleicht kleine Insekten oder so. Ja. Ja. Hm. Hm. Na ja. Aber hier ist das Rauschen weg. Was ich ein bisschen schade finde, ist das hier so gar keine Musik gibt. Wie so bei anderen Spielen irgendwie. Wo man so ein bisschen hinter kommt. Wie man sich vor öffnen oder was weiß ich. Oh Gott. Was ist das denn? Was wir tun für ein Bierwolls oder? Bierwolls, Rade oder keine Ahnung. Was ist das richtig? Na ja. Was war denn das? Irgendwie. Wie. Keine Ahnung. Ratte und noch irgendwas. Oh Gott. Die rottet sich ja wie Corona. Oder eher und keine Ahnung. Okay. Na ja. Ja. Den einkrieg ich auch noch irgendwie platt. Aber. Wer wollte sich? Alter. Wie so. So. Ja. Lass dich doch mal niederstecken. Aber für die muss ich nicht mal niederstecken. Ah ja ja. Okay. Moment. Was fährst du denn aus? 300 und dann nur so wenig. Hm. Hat einen langen Schwanz. Also. Oh Gott. Das stimmt. Das stimmt. Das hast du nicht besucht. Wenn du nicht so wollen. Drei starke Treffer und das Ding gelebt immer noch. Tja. Hat einen langen Schwanz und der ist immer oben. Höhöhöh. Ja. Höhöh. Wie bei. Höhöh. Noch einer oder hat der wieder aufgezeichnet. Ach Gott. Noch einer. Alter hier ist ein ganzes Nes. Bommel sind da 3 okay ich glaube 3 ist doch ein bisschen aber bis hier kommt hier nicht wo ich stehe dann könnte man doch eigentlich stehen bleiben oder warten bis sie kommen dann aber ich nehme mal was leichtes oder wie wir jetzt wollen wir hier waffen genau okay doch mal den bogen nehmen im moment ein bisschen wenig feine aber ich kann mir ja irgendwie immer neue kommen erhalten nicht da die da 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 kommen Komm her, du Rattenvieler, was? Lamm, Alter! Lauf doch nicht weg! Na toll! Ah! Ja, 37! Na ja! Na ja! Die wollen denn... Was auch immer das sein soll! Irgendwie ein Mix aus! Na riesen, na satte, riesen... Was weiß ich hier... Ja, ach so... 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 Wir sind hier geworden zusammen Und wir wollen dann auf einen Zug wie bei den Zeldern, die die gewohnen... Die ja in den Bergen leben... Das sind wohl die Gerungenratten oder was weiß ich hier... Keine Ahnung... Ach ja... Ach ja... Ähm... Oh... Wieder vorbei... Und auch vorbei, natürlich! Eine weg! Eine gibt 2000! Das ist... Das ist doch schön! Und... Die sind wohl dabei vorbei! Äh... Zwei... Und zwei sind vier... Und... Zwei sind vier... Und... Äh... Äh... Noch mal... Einer hat... Oh... Also... 6000! Das lohnt sich doch eigentlich! Nur die halten etwas zu viel aus, finde ich! Hm... Warte jetzt gerade nicht welches Level ich hier bin... Wenn man jetzt nochmal... Hochlevel bis... Keine Ahnung was... Level 100 oder... Hm... Hier nochmal... Ui... Alter... Aua... 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 Mann... 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 Von hinten, Alter... Mit so einem... Harten Stoß, ey... Ja... So ein richtig harter Stoß von hinten, also... Ne? Die röllenden... Racken... Aus dem Finten, da wollte ich... Kühn... 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 Ich hab noch 5 Getränke hier... 5 Löffel... Von dem gelben Apfelsafer, hm... Kühn... Ja... Ich weiß nicht wo ich jetzt denn nicht so frei auf kann... Kühn... 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 Hau... Natürlich wieder ab... Kühn... 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 Ja... Ah... Da kommt wieder ein Vieh... Kühn... Kühn... Zack... In den Kopf... Tja... Hier fügt ein bisschen Weidmusik... Also... Keine Ahnung wie man die Weidmusik hier... Spielen könnte... Mh... Mh... Wih... Ja... ... im Wald... Und versuch die Mauer... Hans da... Die... 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 Wir... Und... ... immer weg... ...mit... 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 Oh, dauert das ja ewig. Rollen da, 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 rollen da. Und so viel es rollt, und so rollt, und so rollt. das muss er wie tun so eine lange Pfeil reinzukriegen ich bin schon lange hier im Wald auf dieser Ecke ich würde gerne wissen was man hier hinterkommt hier ja jetzt kommt er jetzt kommt jetzt kommt die Zoller wieder Tja oder Hallo so was sagt so hier ist ganz nett 924 hier 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 Da, 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 da! Ja. Gut. Hüpp! Da hat er das. Oh! Ich dachte, die wollen ihn dran. Hier geht es auch noch weiter in den Wald rein. Ein großes Waldgebiet. Hüpp! Da hat er jetzt noch ein Pfeil auch nicht gefangen. Da hat er eingefahren. Ja, fahren wir runter. So, die Richtung war. Das ist schon so weit oben. Und dann geht es sonst. Und dann geht es schon weiter. So, habe ich mitgeguckt. Das ist mein Hintern. Hi, 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 hi! Da war ich doch zu wenig Platz für das Kiel. Und das ist mein Hintern. Ich sehe das. Ach ja. Boah, das wird ganz eng. Wie ist das denn? Oh, wie hat die? Oh, wie hat die? Jungs wo diese eine andere andere? Ja, das ist nur eine andere andere. Oh mein Worsche? Wohin ist sie zumindest nicht. Da braucht man das andere. Ach, das ist ja mega. Ja, das muss ich nur das nochmal. Ich bin nicht da. Ja, wir sind weiter hier. Aua. Oh, ich bin kaputt. Na gut, dann falle ich noch ein bisschen weiter. Besser und bleib gesund oder werde gesund. Und dann besser in dieser Folge hier in Dark Souls, ne? Bye, bye.